Die Bioflotte, die gibt es aus mehreren Gründen. Und zwar, es passt perfekt zu unserer Philosophie, jetzt auch auf E-Mobilität zu investieren. Wir haben ganz viele neue Tankstellen gebaut für Elektromobile. In dem ganzen Angebot punkto Mitarbeiter-Benefits haben wir uns jetzt überlegt, dadurch dass unsere wunderbare Mitarbeiterresidenz in direkter Gehnähe ist, braucht man eigentlich kein eigenes Fahrzeug mehr. Und für alle Besorgungen, die was man so rundherum hat, oder für Ausflüge, die was bei uns alle in der Nähe mit dem Elektrofahrzeug super möglich sind, ist es für Mitarbeiter die perfekte Ergänzung. Ja, da starten wir da hier mit den neuen E-Autos jetzt für die Mitarbeiter von elektrischen Volkswagen wieder mal einen wichtigen Beitrag zum Thema Bio, zum Thema Umwelt geleistet. Kann man nur sagen, großes Kompliment. Wir freuen uns sehr, dass unsere Mitarbeiter jetzt nicht nur beruflich, sondern auch privat nachhaltig unterwegs sind. Wir freuen uns sehr, dass unsere Mitarbeiter ihremfahrzeug diesmal бизнес, bilden unsere Mitarbeiter die mit unserer needs allen weiteren Daten, die wir den Sedan verap 군 Life grow again. Vielen Dank.